Was ist ein Elektrokardiogramm? Ein Elektrokardiogramm ist ein medizinischer Test, der normalerweise zur Untersuchung der elektrischen Aktivität im Herzen durchgeführt wird. Oft wird der Test einfach als Elektrokardiogramm oder Elektrokardiogramm bezeichnet. Der Test zeichnet die elektrischen Signale auf, die das Herz schlagen lassen. Einige Ärzte führen Elektrokardiogramme als Teil einer normal jährlichen körperlichen Untersuchung durch. Personen mit einer festgestellten oder vermuteten Herzerkrankung lassen den Test möglicherweise häufiger durchführen. Ärzte verwenden Elektrokardiogramme, um verschiedene Arten von Herzanomalien zu diagnostizieren. Patienten, die mit Symptomen wie Schmerzen in der Brust, Schwere in der Brust, Schwindel oder Atemnot zu ihrem Arzt kommen, können diesen Test haben. Es wird häufig als erster Indikator für ein Herzproblem verwendet. Der Test wird häufig durchgeführt, um auch Ahytmien oder Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Ein Elektrokardiogramm kann genau anzeigen, wie schnell das Herz schlägt und ob der Rhythmus des Herzschlags normal ist oder nicht. Es kann alternative Gründe geben, warum eine Person diesen Test haben kann. Eine Person, die einen Herzinfarkt hatte, kann ein Elektrokardiogramm haben, um zu sehen, wie viel Schaden der Angriff verursacht hat. Menschen mit Herzmedikationen haben möglicherweise den Test, um zu sehen, ob die Medikamente ihre Arbeit machen. Zum Beispiel kann eine Person mit einer Herzrhythmusstörung ein Elektrokardiogramm haben, um zu sehen, ob die Arzneimittel die Abnormenschläge korrigieren. Personen mit einem künstlichen kardiovaskulären Gerät wie einem Herzschrittmacher können sich Elektrokardiogrammen unterziehen, um sicherzustellen, dass der Herzschrittmacher ordnungsgemäß funktioniert. Zur Vorbereitung eines Elektrokardiogramm-Tests wird eine Person normalerweise gebeten, stressige oder anstrengende Tätigkeiten zu vermeiden. Dies schließt typischerweise alles ein, was dazu führen kann, dass die Herzfrequenz signifikant ansteigt. Es ist auch wichtig, den Arzt darüber zu informieren, ob aktuell Herzmedikamente eingenommen werden. Jede Art von Herzmedizin kann die Ergebnisse dieses diagnostischen Tests stark beeinflussen. Die Patienten werden sich hinlegen, damit der Test durchgeführt werden kann. Elektroden, bei denen es sich um kleine Scheiben aus Metall handelt, werden an der Brust und anderen Bereichen wie Armen und oft auch Beinen befestigt. Vor dem Anbringen der Elektroden werden die Bereiche gründlich gereinigt. Die Elektroden werden an ein Gerät angeschlossen, das die elektrische Aktivität aufzeichnet und die Ergebnisse auf einem Papierausdruck festhält. Während des Tests ist es wichtig, ruhig und still zu bleiben, da Bewegungen die Testergebnisse beeinträchtigen können. Im Allgemeinen wird ein Elektrokardiogramm als schmerzloser Test angesehen. Die Elektroden können besonders kalt sein, wenn sie auf die Haut aufgebracht werden, und wenn die kleinen Geräte abgenommen werden, kann das Gefühl ähnlich sein wie das Abnehmen eines Plastikverbandes. Wenn ein allgemeiner Internist oder Hausarzt den Test durchführt und die Ergebnisse nicht normal sind, kann der Patient zur weiteren Beurteilung an einen Spezialisten geschickt werden. In den meisten Fällen handelt es sich bei dem Arzt um einen Kardiologen, der auf kardiovaskuläre Erkrankungen und Erkrankungen spezialisiert ist.